was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute ist mal wieder so ein tag wo ich ganz spontan fahrrad fahren gehe und zwar fahren wir zum flow trail siegen ich bin gespannt weil beim opening konnte ich ja gar nicht richtig fahren als wir die strecken uns fürs video angeschaut haben für das mtb siegerland da war auch nichts mit richtig fahren deswegen heute das erste mal ganz spontan so ähnliches video wie letztens auf den homestream sozusagen nur dass ich alleine bin und der andere den treff ich gleich dort nicht der vom mtb sound spree sondern einen mit dem ich in dem fahrtechnik kurs zusammen war wir haben uns gut verstanden und jetzt geht man hin und wieder zusammen radfahren ich fahre jetzt mal hin und mache mich dann ready und dann sehen wir uns später auf ein paar abfahrten so leute angekommen ist übrigens aufgefallen bei der fahrt dass ich eine verrückte playlist habe mit voll vielen verschiedenen musikrichtungen alles was gute laune macht ist in der mountainbike playlist ja schreibt gerne mal in die kommentare was ihr so viel musik beim mountainbiken gehört oder auf dem weg dahin man guckt mal wer hier geparkt hat der thomas ist auch hier ich bin mal gespannt ob wir ihn zwischendurch treffen das wäre mega cool ja ich warte jetzt lade jetzt hier alles aus und dann geht's ab abschnitt zwei so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.